Hi und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3. Yeah. Okay, und wir haben hier direkt so eine geile Einladung gekriegt. Für einen Apfel und ein Ei. Liefere drei sehr gute oder bessere Äpfel zum Restaurant, um ein wenig Geld zu verdienen. Ey, kein Bock. Wir haben Kohle. Ja, okay. Zwar nicht so viel, aber... Pfff... Ey, Schwule, okay. Was ist das denn jetzt für ein Schwule hier? Ach, die muss ja immer noch dancen. Wow, was hat die denn bitte für eine Kleidung an? Mit so einer Kleidung kann die doch ihr Kind nicht ins Bett bringen. Das war echt wahr. Das geht ja gar nicht. Und die hat voll Fun dabei, ihr eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen. Tja, wieso nicht? Manche haben sogar Spaß am Mutter sein. Warum? Was für eine Ausstellung denn? Ach, das Kind stirbt wieder fast. Oh, great. Haha. Ach ja. Die kümmert sich halt einfach perfekt um ihr Kind. Das ist noch nicht mal ihr Kind. Und die macht einfach die ganze Zeit da so komischer Hand hier, der eigentlich gar nicht nötig wäre, weil es nicht ihr Kind ist. Hä? Die ist schon wieder fertig? Ach ja. Ich hab keine Zeit für dich, du kleine Schröder. Hast du pick-upt? Ähm... Pfff... Geh ins Bett! Voll so Scheiße. Verbessere doch deine Fähigkeiten, du kleine süße Schrulle. Was's up, Bugga? Was's up, Baba? Was's up, Baba? Ah, ist das witzig. Teddy. Ahaha. Ich steh einfach rum und klatsche wie 100. Was war das jetzt? Okay. Ich wusste sogar... Was? Ach so. Ich hab grad eine Taste entdeckt. Von der ich vorher nichts wusste. Ich bin so gut. Ich kann das einfach nicht steuern. Ich bin da wirklich zu doof für. Egal, wir gehen jetzt in einen Mega-Club. Yeah. Wo ist der Club? Club, hallo? Wo bist du? Äh... Ja. Brightmore. So kann ich da nicht hin. Toll. Wieso ist es erst 13 Uhr? Es sieht doch viel dunkler aus. Was ist das denn? Hä, was ist denn hier passiert? Stimmt vielleicht irgendwas mit meinem Spiel nicht? Ich meine, guck doch mal, wie das aussieht. Hä, ist es Frühling? 13.50 Uhr. Willst du mich grad verarschen? Hä? Was? Muss ich das verstehen? Ach Gott. Ich werd's eh nicht verstehen. Und wann muss der zur Arbeit? 13 bis 18 Uhr. Hä? Okay, ich werd das einfach nicht verstehen. Pech gehabt. Ist wahrscheinlich egal. Hab ich einen Jungen gekriegt? Ach ja, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Stimmt. Egal. Ist ja auch egal. Begeisterungsfähig. Au. Dein Zimmer hat grad erfahren, wie es ist. Dann wer wolltest du sein? There's a tree wolf in your closet. Na, 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 na. Au. Ja, das ist das supergeile Lied von irgendeiner Schroll. Ich vergesse, wie die heißt. Und hier waren mal Pflanzen. Wo sind die? Ich seh das in der Dunkelheit nicht. Moment. Flop. Hä? Da erinnert sich gar nichts. Ähm. Perfekt. Der Grill kriegt nur eine andere Beleuchtung. Toll. Oh Gott, ey. Das funktioniert immer überhaupt nicht. Was hab ich schon wieder für ein Scheißspiel? Toll. Das klappt supertoll. Und meine Pflanzen sind lecker, obwohl ich die noch nie gegossen hab. Auch toll. Tja, ich hab halt Magical Power. Wieso nicht? Oh Mann, mein Spiel ist kaputt. Ich stell da aber immer so eine Scheiße mit an, ne? Das schiert mich ständig. Egal, da nehm ich halt nur einen Part auf und dann passt das schon. Und vielleicht wird das Spiel ja irgendwann sogar noch mal Tag. Oder ich hab vielleicht nicht was in den Grafikeinstellungen umgestellt. Hab ich nämlich wirklich. Äh. Und da stand da so, oh ja, du musst das Spiel wohl neu starten, damit das übernommen wird. Und da hab ich so gedacht, oh nee, du willst jetzt aufnehmen. Pff, mach das doch einfach später. Ist ja jetzt egal. Und dann so, ha, ha, ha. Huch. Schade. Ähm. So, ich würde sagen, dann nachgehen wir einfach mal zu dieser komischen... Was? Wie heißt das nochmal? Ausstellung. Hauptsache, mir fällt das Wort nicht ein. Ach, ich bin so schlau. Wieso nimmt die Decke nicht? Ach so, ich hab Nickaschen gemacht. Nein, das ist falsch. Wie verrückt schuften. Fällt der gleich in Ohmacht so. Pff. Ciao. Äh, ich treff jetzt einfach mal Kollegen. Äh, mhm. Ja, das ist ja. Hab ich überhaupt schon Kollegen? Also, hat er überhaupt schon welche kennengelernt? Ich glaub nämlich eher nicht. Ach doch, eine. Wow. Hardcore. Oh Gott, der ist ja noch als Wehrwolf in der Arbeit. Oh Gott, nein, nicht wirklich. Wie kann denn sowas sein? Oh, ich mach immer voll die Scheiße mit meinen Sims, die Armen. Sie tun mir voll leid. Ach, und ich hab übrigens noch eine E-Mail gekriegt. Das war ja, als diese Duckface-Geschichte da war. Und da wurden mir, ähm, von einer Zuschauerin ein paar Sachen vorgeschlagen, über die ich ja mal reden könnte. Also, ich guck grad mal auf die Liste. Wie findest du Leute, die Strom verschwenden? Darüber könnte ich bei ihm kurz noch sagen. Ähm, also, naja, gut. Es ist im Grunde ihre Sache. Aber ich find sowas eigentlich nicht so toll. Gerade der Umwelt halber. Weil das ja im Grunde auch nicht so toll ist wegen dem ganzen Strom, der ja im Grunde die meiste Zeit aus Kohlekraftwerken und jedem Scheiß, ähm, gewonnen wird. Was eigentlich auch nicht so toll für die Umwelt ist. Und deshalb find ich das eigentlich nicht so schön, wenn man, äh, wenn man Umwelt verbraucht. Genau. Wenn man Strom verbraucht, wenn's eigentlich nicht nötig ist. Also zum Beispiel kann man auch mit Fernseher einfach mal in Standby schalten, anstatt den den ganzen Tag anzulassen. Ist mein Spiel grad her irgendwie? Achso, nein. Ähm, ja, weil das machen voll viele Leute irgendwie. Es gibt nämlich so ganz viele Asi-Kiddies. Die lassen dann einfach den ganzen Tag ihren Fernseher an. Und das find ich ehrlich gesagt nicht so toll. Hm. Naja. Ist halt sehr Ansichtssache. Ich find's nur nicht grade so passend. Äh, was kann man dazu noch sagen? Ähm, wie findest du Leute, die Strom verschwenden? Ja gut, eigentlich sind die dann nur sehr doof, weil die damit ihre Kosten noch mehr in die Höhe betreiben. Aber, ja. Ist dann halt ihre Sache. Also wenn die meinen, das tun zu müssen, dann tun sie's halt. Ansonsten, wenn sie schlau sind, lassen sie's. Yeah. That's it. Nichts anders. Ach, die ist schon eine Ausstellung. Dann gucken wir uns da mit die schönen Sachen an. Ist aber bestimmt so eine fette Peniskultur. Hm, hübsch. Hast du schon Fähigkeit 3? Wieso, was hat die denn gemacht? Kann man da nicht reingehen? Nö, anscheinend nicht. Und das ist voll die geile Barkeeper. Mars Champion. Boah, kreativer Name. Geil. Okay, der hat ausgeschlafen. Das ist ja schon mal ganz nett. So. Natürlich erst mal die dreckigen Klamotten dahin schreiben. Einfach typisch, man. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Was gib ich denn hier noch zu füllen? Kuchenstück. Na, lecker. Mh. Ach nee, ich dachte, es wär morgen. Ich hab irgendwie immer so ein Gefühl, dass es heller wäre. Wieso ist das denn hier so komisch? Es soll gefälligst nicht so dunkel sein. Das verwirrt mich total. Mann. Und hä, wieso ist das Kind jetzt wieder wach? Ich hab das doch gar nicht wach gemacht. Mann. Alle regen mich auch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ach so, böser Traum. Ja. Denk ich mal. Kollege getroffen. Ich dachte, der kennt jetzt Kollegen. Mann, war tollhaft. Hä, was denn jetzt schon wieder mit dem Kind? Was? Liegt das Kind draußen? Ach so, nein. Ich dachte schon, boah, weil die jetzt schon wieder hier so rumgeht, hab ich schon gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Und man sieht die Pflanzen hier noch nicht mal, weil es dunkel ist. Na geil. Oh, mit Pflanzen reden. Komm, wir reden jetzt erst mal mit Pflanzen. Pflanzen sind wichtiger als das komische Kind da. Voll nett. Ach, ich bin doch immer nett. Nicht wahr, ihr kleinen Puffels? Ja, auf jeden Fall. So, die geht pennen. Die macht das. Okay. Der Vater ist gleich auch zurück. Der kann ja vielleicht auch mal was machen. Dünger. Wir haben doch gar keinen Dünger, oder? Ähm, dein Sim, bla bla bla. Hältst du für die Pflanzen in seinem Garten mit Fisch, Obst oder Gemüse zu düngen? Hallo, was ist das denn bitte für ein Dünger? Ich düng meine Sachen deutlich mit Fisch oder Gemüse. Hä? Sehr komisch. Bäh, 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 bäh. Bäh, 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 bäh. Ach, die kann ja jetzt in den Club gehen. Yeah. Die geht jetzt abfeiern und lässt die Kinder einfach mal zu Hause so, bye, bye, kleine Schrulle. Hä. Aber natürlich erst, nachdem die mit ihren Pflanzen geredet haben. Denn die brauchen ja Zuwendung, anders als ihr Kind. Hm. So ist es nämlich und nicht anders. Wann wird denn der eigentlich mal so langsam befördert? Oder ist der letztens erst befördert worden? Ich glaube, der ist letztens erst befördert worden. Okay, auf jeden Fall hat er jetzt eine bessere Beziehung zu den Kollegen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Äh, was ist das jetzt hier? Zuhause arbeiten. Ja, hallo, seid doch nicht so ein extremer Workaholic. Oh, ich hab den zum Workaholic gemacht. Ja, dann, dann ist das ja wohl erlaubt. Wer ist Jed? Jed. Jed, die coole Tankstelle oder so. Wer ist Jed? Wer ist Jed? Wo ist Jed? Boah, das Kind schreit so. Oh ja, ich mag mein Kind nicht. Es war mit mir verwalt, aber... Nö. Habe ich meinen Chef doch ein bisschen lieber. Gott, die Leute sind irgendwie alle ein bisschen behindert. Hallo, wer ist Jed? Mann. Ich will es jetzt wissen. Hallo, wo ist der? Madeline, Melfina. She my one side. Hä? Hä? Was? Wie soll ich denn mit dem Freundschaft schließen, wenn ich den noch nicht mal hier in meiner Liste drin hab? Sehr komisch. Egal, was soll's. So, dann knull du halt das Kind. Ist egal. Nun bist du der verantwortungsbewusste Typ hier. Also Schlaf, Haarndrang. Wie macht man denn Haarndrang? Aber beim Kind hab ich ganz vergessen. Huch. Einfach mal Windeln wechseln noch. Ja, passt schon. Kochen, spielen. Kinder weg. Oh Gott, was war das Ding gerade? Ich glaub das... Und die mach ich jetzt so voll im Superstar-Kind. Yeah. Stars sind nämlich irgendwie meistens böse. Man muss böse sein, um Erfolg zu haben. So ist es und nicht anders. Ist jetzt losgegangen. Yeah, Disco, Disco-Party, yeah. Boo, 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 doo. Ach so, die fährt grad noch. Run. Ja, da sind wir auch schon im Club. Nein, wir sind noch gar nicht im Club. Und das sieht aus wie in London. Die U-Bahn-Station voll cool. Toi, jetzt ist er zuhause und guckt erstmal schön Fernsehen. Ach ja. Ich hab zwar ein Kind oben im Leben, mit dem ich genauso viel Spaß haben könnte, aber ne. Ich guck lieber erstmal ne Runde Fernsehen. Ja, wieso nicht? Bah, ist die Toilette ekelhaft. Guckt doch mal. Bah. Nee, das ist doch... Bah. Nee, das muss ich jetzt gerade sauber machen. Das geht ja wohl nicht anders. Das ist ja wohl mega ekelhaft. Ich glaub, das Kind schläft jetzt aber auch gerade. Oh, guck mal. Das macht richtig so Bling-Bling, das Kind. Was heißt das, wenn das Bling-Bling macht? Hat das jetzt Magical Power oder was ist das? Eigentlich müsste das ja Magical Power-Kind sein. Ich mein, das ist so ein Kind vom Wehrwolf und auch so ein anderer Teil. Also, pff. Müsste ja so sein. Ähm, der muss um 17 Uhr wieder zur Arbeit. Dann könnte er auch erstmal schlafen gehen gerade. Die müsste... Ach, die spendt schon. Ja, super. Okay, macht ja auch nichts. Wieso steht der ja jetzt so komisch rum? Ih, das macht mir Angst. Haarendrang, was macht der noch? Ah ja, Athletik wäre vielleicht nochmal ganz gut zu üben. So, machen wir das jetzt einfach mal. Wann hat denn der Arbeit? Ach, in zwei Tagen ist das? Hä? Ach stimmt, der ist auch befördert worden, ne? Ah, ich vergesse das immer. So, yeah. Dance-Tante. Wuhuu. Also, irgendwie passt das wirklich nicht zu ihr, dass sie Mutter ist. Sie ist nämlich vor so die Party-Queen. Yeah. Dance, dance. Wuhuu. Boah, was macht dieses Feuer da? Ich verstehe irgendwie nicht, was das in einem Club macht. Wuhuu. Boah, was hat die da für ekelhaft fette Arme? Das liegt wahrscheinlich an meiner Grafik einste... Hallo, wie das aussieht. Guck doch mal bitte. Du hast auf der Bühne so unglaublich heiß ausgesehen. Die Club-Leitung sieht das genauso. Ihre Einnahmen sprechen jedenfalls für sich. Ja, natürlich. Da sind so viele Leute gewesen. Nicht. Aber egal. Hallo, wieso sehe ich die nicht mehr? Yeah, yeah. Dance, dance. War one cool. Ja, wieso nicht? Hat die einfach so mega fette Arme. Ja, schon okay. Hier ist niemand. Richie Star. Wow, vorwerfen dem ein Vampir zu sein. Äh, du bist voll heißer, weil du Vampir bist. Ne, weiter. Autogramm bitten macht man nicht, wenn man selber ein Star ist. Da ist man ja viel zu cool für. Richie Star. Der ist zwar Richie Star und das passt eigentlich genau. Aber egal. Wer ist das denn? Katrina Parler. Oh ne, die ist ja Unfame als ich. Guck mal, das geht ja gar nicht. Wie? It's tut mir leid. Hm. Ach ja. Wollen wir sehen, bitchy. Voll nett. Ähm. Nach Abschlussfragen. Ja. Das ist total cool. Zombie. Sagt die so. Boah, wieder einfach update so. Yeah, ich bin cool. Robot, dance. Ibnroh. Keine Ahnung, was das heißt. Ich verstehe leider ziemlich nicht so gut. Ah ja, cool. Mhm. Tja. Ähm. Beeindruckend. Und jetzt Namen schmücken. Ah ja, genau. Der ist ja Fame und da können wir sagen, mhm. Yeah. Oh, den kenne ich. Mh. Ah, ja, das ist ja schon cool. Mhm, mhm. Yeah. Du scheinst ein gutes Mädchen zu sein. Ein gutes Mädchen, ja. Damit kann man bestimmt bei einem Star-Total punkten, wenn man ein gutes Mädchen ist. Ich muss zugeben, du hast mich irgendwie beeindruckt. Yeah. Bin ich aufgestiegen? Hallo? Nein, schade. Ich bin noch kein Megastar. Okay, dann müssen wir noch was mit dem machen. Äh. Romantisch. Der hat zwar gerade ein Kind gekriegt, aber egal. Nach Karrierefragen. Der ist zwar voll Fame und so, aber die weiß natürlich nicht, was der beruflich macht. Äh. Kennenlernen. Äh. Ich schlabere den jetzt einfach zu, weil es Spaß macht. So. Plopp. Huch. Nein, ich will nicht gehen. Ähm. Richie, zur Kommunikationsabzug. Ich will das Glück wünschen. So. Ist der jetzt schon im Bett? Ne, ist er gar nicht. Was denn mit dem Kind jetzt schon wieder? Hallo? Ich habe eben erst die Windeln gewechselt. Willst du mich eigentlich verarschen? So. Dann gehen wir da erstmal runter. Wechseln kurz die Windeln. Und joh, ey. Ist doch keiner. Futzlbär. Futzlbär. Genau. Das könnte von meiner Mom sein. Nein, du gehst nicht auf die Lette. Naja, tolles Kind. Aber da fühlt man sich jetzt noch gar nicht genau. So, und ich arbeite jetzt noch mehr Themen ab, die mir hier geschrieben wurden. Was machst du in den Ferien? Ja gut, diese Ferien mache ich wahrscheinlich nichts Besonderes. Ich wollte nämlich eigentlich mit so einer Jugendgruppe wegfahren. Aber das habe ich ehrlich gesagt verpennt, weil ich glaube der letzte Termin, wo man sich da anmelden konnte, war der erste Fünfte. Und ich habe das genau drei Tage nachher erst gemerkt, dass man sich dann nur noch anmelden kann. Das war ein bisschen doof. Ansonsten wäre ich in den Ferien nach Paris gefahren mit halt so einer Jugendgruppe. Ja gut, aber ansonsten fahren wir jetzt halt nach Kroatien. Eigentlich wie jedes Jahr, was ich natürlich nicht so toll finde. Mein Vater kommt halt aus Kroatien und da müssen wir jedes Mal an den selben Ort fahren. Und irgendwann hat man da einfach keinen Bock mehr drauf. Und das ist halt eben jetzt bei mir passiert. Ja. Und naja. Hm. Habe ich halt jetzt nicht so Lust drauf und ich würde eigentlich lieber was anderes machen. Und dann fahre ich halt nur mit meinen Eltern drei Wochen dahin. Was ich eigentlich auch doof finde, weil mir reichen zwei Wochen Dicke und ich möchte dann auch gar keine drei Wochen weg sein. Weil drei Wochen Urlaub, oh nee. Das ist so nicht doof. Ich möchte ja schließlich auch schön bei mir zu Hause sein und da auch was Schönes machen. Einfach so rumgammeln. Weil das muss ja in den Ferien schließlich auch mal sein. So. Das wäre alles im Grunde dazu. Was? Geh nicht auf Toilette. Du musst Richie Star beeindrucken. Ja. Wobei hast du eigentlich schon. Wow. Ein Vampir. Nicht irgendwie so. Oh ja. Ich habe mit einem Superfame Star gesprochen. Sondern. Oh. Das ist ja ein Vampir. Was? Bestichungsgeld? Wieso soll ich den bestichen? Der hat mich doch reingelassen. Hä? Wieso kommt jetzt eine Tür steher? Nimm die die jetzt mit oder was? Weil die irgendeine Scheiße gemacht hat. Oh. Bodybuilder Typen. Yeah. Nimm die. Ehhhh. Ähhhhhhhh. Was ist das bitte für Musik gerade? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Boah, was ist das für eine Megadisco? Hier ist voll viel Zeug. Oh, Blasen. Da hat die doch sicherlich viel Spaß dran. Ja, wir machen jetzt einfach richtig so Party hier. Euer alte Omi. Hallo. Ach, die ist ja gar nicht Fame. Ich klicke die so 10.000 Mal an. Wirst du jetzt vielleicht wo? Bist du jetzt Fame? Was machen die da? Fücke vor, Fücke vor oder so. So, wir blasen jetzt einfach mal. Schoko. Aber das ist ja doof, wenn man da alleine ist. Das sieht irgendwie so aus, als ob die Drogen nehmen würden da. Aber das wäre doch auch witzig, wenn es ein Sims-Drogen gäbe. Also zumindest wäre es dann ein realistisches Spiel. Was? Hey, was war das denn? Hi. Ich begrüße den jetzt einfach mal. Hallo, ich bin Fame. Lass mich durch, du duber Jammel. Um Einlass bitten. Was schreit, du duber Jammel? Schwill da rein. Hauptsache der... Nö, nö, kein Bock. Nein. Okay, warte, dann... Du bist ein gefeiertes... Hallo, ich bin ein gefeiertes. Ich dachte gerade, ich wäre einfach reingegangen. Wer ist das? Ist die Fame? Oh, Mann, wieso kommen keine Fame? Raphael Streicher. Mann, ich muss für ihn meine Leute treffen. Rrrr. Äh, da darfst du nicht hier rein. Das ist mir doch scheiße geil. Oh, Mann. Ist das doof. Wir sind kein gefeiertes... Also bitte. Ist ja lächerlich. Aber gut, dann werde ich erst mal den Part hier beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.